Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes & Fitchelt. Ja, wir haben es jetzt mittlerweile Wochenende, das XP Event ist wieder am Start und das kommt tatsächlich sehr gut. Ja, wir haben hier XP, Sanduhren und Epic-Abenteuer-Extra-Vaganza als Event-Auswahl und ja, Entschuldigung. Dadurch, dass wir XP haben, kommt das sehr gelegen, weil, ihr seht es bereits schon, die letzten paar XP-Punkte bahnen sich an. Es dauert nicht mehr lange und wir haben hier Stufe 599 erreicht. Das letzte Level vor Stufe 600, was wir noch selbstwahrscheinlich irgendwie zusammenkriegen, bevor wir denn uns durch das Kalender-Level up-carryen lassen. Und ja, das werden wir jetzt mal versuchen, hier live im Video zusammen zu bekommen. Wir haben hier 1,484 Milliarden XP am Start und wir werden jetzt mal schauen, ob wir noch den Rest zusammenkriegen. Ich meine, klar, alleine durch die Daily Quest ist das ja hier schon fast, ja, for free, sag ich mal. Aber da sieht man mal, guck mal, hier durch die 20 Alu habe ich auch jetzt nicht gerade sehr viel Erfahrung bekommen. Es ist halt wirklich die Daily Quest, die halt so hart rein scheppert, ne? Ja, durch die Alu tut sich da natürlich nicht viel. Es ist für mich jetzt schon was Besonderes, muss ich sagen, weil Stufe 599, ja, also, das ist so, ja, könnt ihr bestimmt nachvollziehen, ob es jetzt Stufe 99 und ihr kurz vor 100 steht oder 199 oder 299 oder 300 oder 499, ne? Oder halt eben 599. Das ist halt eine Stufe, bevor, ja, man großen Meilenstein erreicht. Und da bin ich vorab schon sehr gehypt auf jeden Fall und sehr gespannt drauf. Der XP-Balken nähert sich auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie gesagt, unter den Strich gibt es halt jetzt nicht so viel durch das Daily Zeug hier zu holen. Selbst wenn es Erfahrungswochenende ist, macht es jetzt keinen großartigen Unterschied mehr. Also es macht sich nicht wirklich bemerkbar, sag ich mal, ähm, in den Daily Quests hier durch, äh, ja, durch das hohe Level halt eben schon, ne? Ja, mal gucken, was hatten wir denn heute hier überhaupt? Dreimal Gegenstand beim Schmied zerlegen. Entschuldigung, ey, das ist echt ein bisschen nervig. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Huch, hier wollte ich nicht hin. Ähm, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendein Billig-Item noch haben, was wir irgendwie zerlegen können. Jo, das ist sehr günstig, darauf kann man verzichten. Haben wir hier noch eins mit 1 Komma noch was irgendwie? Jo, guck mal hier in 1 Million Gürtel. Das brauchen wir hier aber auch nicht aufbewahren. Und hier auch, zack, okay, da haben wir das schon zusammen hier. Ähm, dann können die wieder rüber. Ich achte gar nicht da drauf, tatsächlich, ähm, was sie für einen Wert haben, die Items, sondern wirklich nur, ja, passt das Item oder passt das nicht in meine Sammlung hier, ne? Für die Hexe natürlich. Äh, so. Ja, dann wollen wir das mal erledigen, ne? Zum Schmied ab, zerlegen, Nummer 1, Nummer 2. Und wir haben hier Nummer 3. So, jetzt blinkt das da oben links schon in der Ecke. Das heißt, wir können hier unsere Daily Quest natürlich abholen und sichern uns so 26 Millionen Erfahrungen. Was sehr viel ist für das Level, was wirklich sehr, 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 sehr viel ist. Und das war jetzt, glaube ich, mit einer 13-köpfigen Hydra oder so. Also, wir schwanken immer zwischen 12, 13 und 14, glaube ich, irgendwie. Wir gucken gleich nochmal in unsere Gilde. Ähm, danke auch übrigens für die Kommentare letztes Mal. Da wurde mir geschrieben, das stand wohl auch in der Gildenbeschreibung, dass, äh, unsere Konkurrenz-Gilde, sag ich jetzt mal, ähm, auf dem Server hier, ähm, bei der 16er ist oder so. Da gucken wir gleich auch nochmal rein. Und das ist natürlich auch nochmal ein heftiger Unterschied, ne? So, Gewinn abholen. Boom. Und da haben wir es geschafft. Stufe 599. Hier in der Taverne erreicht, ja. Den Hintergrund hatte ich, glaube ich, noch gar nicht gehabt hier großartig. Ähm, für einen Levelaufstieg. Aber, ja. Das ist schon sehr nice. 599. Eins vor der 600. Ey, ich muss da so drauf achten, ähm, ja, beim Kalender abholen, dass ich da wirklich nichts verpasse und mich aus Versehen einlogge. Und dann habe ich aus Versehen das Kalenderlevel ab und bin aus Versehen Stufe 600. Das kann ja durchaus passieren, ne? Da muss ich jeden Tag wirklich akribisch drauf achten, dass ich das wirklich auch in der Aufnahme habe und nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, so, hm, ja, ich bin noch so halb verschlafen, locke mich morgens ein, klicke meine Alu hier so, zack, zack, und dann, äh, oder will meine Alu klicken und auf einmal ploppt mir hier das Ding entgegen, so, ne? Ja, deswegen, das will ich natürlich live im Video auch haben, so als Erinnerung, auch, ne, an den Moment. Und, ja, 599, nice. Kurz mal sacken lassen. Mit Stufe 600 sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus, ne? Ja, das ist echt schon was Besonderes. Und, und umso höher man nachher ist im Level, umso besonderer wird das denn, wenn man halt ein Level vor der großen Zahl steht, ne? Ähm, wenn ihr wisst, was ich meine, so. Ähm, ja, Gildenpad, ja, wir sind bei der 13er jetzt momentan. Und mal schauen, Celtic, das stand wohl, wie gesagt, in der Beschreibung. Ähm, äh, Lehrmeister, Gameportal, Ritter, Raid, Hydra, 16-köpfige. Okay, 16-köpfige Hydra. Das heißt, die haben nochmal 75% mehr auf ihre Daily Quest, ähm, jeden Tag, die sie hier abholen können. Und das ist natürlich auf Dauer auch schon ziemlich hart, ne? Ja, das ist schon, äh, ja, ist schon ein ganz schöner Unterschied, ne? Und, ähm, ja, ich hatte auch in den Kommentaren gelesen gehabt, von dem Video letztes Mal, dass, äh, wohl, ähm, ja, ich da ein bisschen falsch lag. Die letzte Information, ähm, hier mit Strider auf dem Server und dass er eine einköpfige Hydra in der Gilde hat, das ist wohl nicht mehr aktuell. Das war früher mal so gewesen. Auf der Information war ich halt immer noch so hängen geblieben. Ähm, aber das ist wohl jetzt ein bisschen aktualisierter, das Ganze. Und er ist jetzt wohl, glaube ich, bei der neunköpfigen Hydra oder irgendwie so. Ähm, so ungefähr habe ich es in den Kommentaren gelesen gehabt. Und das ist natürlich auch immer noch extrem wenig im Vergleich zu, naja, Gilden, die ein bisschen mehr Effort, ein bisschen mehr Aktivität haben, so. Und ihr seht ja, ich meine, gut, wir haben jetzt keine Inaktiven großartig in der Gilde, ne? Aber selbst wir, die hier noch auf Platz 1 stehen auf dem Server, ähm, ja, sind gerade mal bei der 13-köpfigen Hydra. Und, ähm, ja, Gilden, die ein bisschen mehr, äh, ähm, ja, Aktivität zutage legen. Und, ähm, da zählt natürlich auch die, die, ja, das Alter der Gilde auch eine entsprechende Rolle, so, ne? Ich meine, wir sind hier auch einer der ältesten Gilden auf dem Server. Deswegen haben wir auch so viele High-Accounts hier drin, ne? Aber es ist halt eben nicht nur, es ist Carrying halt eben nicht nur die High-Level-Accounts, sondern halt eben die Gesamtheit der Gilde. Und wenn es da halt eben, äh, hapert, ja, wie bei Ellen, äh, dann ist es halt eben, ja, semi-optimal für die Gesamtleistung der Gilde, so, ne? Ähm, ja, also es ist aber auch natürlich schwierig und ich kann es auch verstehen, ähm, dass Leute hier auf dem Server anfangen wollen, auf S31, warum auch immer, ja? Äh, weil der Server bietet euch wirklich nicht viel, außer hier und da ein paar Bugs und ein paar, äh, äh, Performance-Probleme immer noch in der Ehrenhalle. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Backend-Servern momentan aussieht, aber die Ehrenhalle dauert ja bei uns hier extrem lange, bis sie mal so richtig immer aktualisiert. Ähm, das zeigt oftmals immer das Verkehrte an, ähm, für eine gewisse Zeit, bis es, äh, sich dann, ja, richtig herausstellt. Und wie gesagt, äh, ich kann verstehen, dass Leute hier auch anfangen wollen, irgendwo, weil sie halt vielleicht auch mit mir zusammen irgendwann mal in der Gilde spielen wollen und so, ähm, aber das ist halt eben, ja, Ja, also da bekomme ich relativ viele Anfragen hier auf dem Server oder im Discord und, ähm, ja, auf der einen Seite haben wir das Problem, dass wir relativ schlecht Neuzugänge bekommen, ähm, die halt eine gewisse Leistung schon vorbringen oder vorweisen können. Ähm, auf der anderen Seite haben wir viele Neustarter, so, aber das Ding ist halt, wir wollen halt immer keine neuen Leute, äh, in unsere Gilde holen, die, keine Ahnung, unter Stufe Level 100 oder 200 oder so sind, Weil man ganz oft das Problem gehabt hat, ähm, dass ja halt irgendwelche Aufholer anfangen und dann nach einer kurzen Zeit dann wieder aufhören und, äh, dann bringt das der Gilde auch nichts weiter. Dann haben wir lieber jemanden, der halt, ja, vielleicht ein bisschen inaktiver ist, aber halt schon Stufe, ja, was weiß ich, 500, 600 oder so, ne, das ist natürlich klar. Aber so jemanden findet man nicht mehr auf dem Server hier, ne, man findet halt eventuell nur noch Leute, die halt hier neu anfangen und frisch dabei sind. Und, äh, klar, ich sag den Leuten immer, ähm, geht vielleicht in Gilden rein, wo ihr von den Top-Boni noch profitieren könnt. Hier gibt's einige Gilden, die ganz, ganz krassen Mangel haben, vor allen Dingen hier unten. Und, ähm, ja, die haben auch Top-Ausgebaute Boni, von denen ihr profitieren könnt. Und klar ist vielleicht die Ritterhalle jetzt nicht ganz optimal, aber hier steht auch eine 950er und besser sind wir auch nicht großartig hier. Das macht den Kohl auch nicht fett, ja. Dann geht lieber in so eine Gilde rein, spielt da, bis ihr, keine Ahnung, 400, 500 seid oder müsst ihr nicht mal sein. Hauptsache die Festung, äh, beziehungsweise die Ritterhalle ist dann nachher so auf 15 so circa. Und dann könnt ihr hier nochmal bei unserem Offizier anfragen und dann eventuell, ähm, ja, kommt ihr denn hier auch in die Gilde rein. Denn, wenn ihr dann tatsächlich, ähm, das auch wollt, ne, ganz klare Sache. Ja, mittlerweile sind wir echt gut aufgestellt mit der Ritterhalle. Wir waren noch nie so nah dran. Es sind wirklich nur, ja, hier ist wieder jemand inaktiv, ähm, es sind wirklich nur so ein bisschen die Letzten. Aber die sind halt auch vom Level her auch noch nicht ganz so hoch, die halt keine 20er Ritterhalle haben. Ansonsten haben sie jetzt endlich mal alle geschafft, ähm, ihre Ritterhalle auf 20 hochzuziehen. Was natürlich halt eben auch für die Gesamtheit der Gilde natürlich von, äh, von Vorteil ist, so, ne. Ja, aber jetzt kommt halt eben, es sind halt eben viele Facetten. Es ist halt eben nicht nur die Ritterhalle, es ist halt eben nicht nur die Aktivität, so die tägliche. Es ist halt eben auch vor allen Dingen, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, das Gildenpad und die Aktivität dort. Und die täglichen Angriffe. Man kann mittlerweile ja schon nachschauen, ob jemand hier das Gildenpad ein bisschen vernachlässigt hat, vom Ausbau her. Hier zum Beispiel, äh, jemand ist, äh, ja, einer, der ein bisschen unter, unter dem Potenzial ist. Da könnte man nochmal anschreiben, ansonsten, ja, hier, guck mal zum Beispiel, da müsste man auch die Leute drauf aufmerksam machen. Ich hatte jetzt schon mal ein paar E-Mails geschrieben gehabt, oder E-Mails, paar Rundmails halt in der Gilde, ne. Ähm, ähm, und ja, klar, es ist auch irgendwo immer ein bisschen mit dem Pilzaufwand verbunden. Sag ich mal, aber, äh, dafür bekommt man halt die wichtigste Währung in dem Spiel, und das ist halt Erfahrung. Ähm, keine Währung, und nicht mal Gold ist als Währung so wichtig wie Erfahrung, weil Erfahrung ist halt die Währung, die man in dem Spiel nicht kaufen kann. Die einzige Währung, die man nicht kaufen kann. Gold kannst du dir ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt dir, dir kaufen, einfach so, ja. Ja, und das, äh, wird halt auch immer, äh, preisgünstiger, umso höher man im Level ist, sag ich mal, um halt eben den Greifendrach ein bisschen zu melken und so, ne. Und da kann man immer mit Geld nachhelfen. Wo man nicht mit Geld nachhelfen kann, ist halt eben die XP. Und deswegen, ja, das ist halt eben auch der riesengroße Vorteil von den ganzen High-Level-Chars, die schon seit Jahrzehnten, oder Jahren, über zehn Jahre mit dabei sind. Die spielen halt eben ihren Vorteil aus von, ja, der ganzen Zeit, die sie durchgängig halt aktiv gespielt haben. Und da kommt halt eben wieder die Ausdauer zum Vorschein, und zwar positiv, ne. Und, ähm, ja, das kann denen halt auch niemand nehmen, diesen, dieses, äh, dieses Prestige, sag ich mal, ne. Da können halt trotzdem Leute kommen, wie ja zum Beispiel der Tourer mit unendlich Geld, in Anführungszeichen, natürlich, ne. Und kann sich da so viele Skillpunkte kaufen, wie er will. Trotzdem kommt er, wird er niemals an dieses Level rankommen von den Spielern, die halt schon jahrelang wirklich aktiv dieses Spiel spielen. Jo. Ich würde sagen, für heute reicht das erstmal. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wie immer würde ich mich gerne über eine, eine positive Bewertung, beziehungsweise einen Kommentar freuen. Ich lese mir alles durch, auch wenn ich nicht auf alles antworte. Kommentare lese ich trotzdem immer fleißig. Und, jo, das war's soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.